Diese Aktien kauft die Legende genau jetzt. Ich spreche von Warren Buffett und seinen Top-Aktien für 2022, die er genau jetzt als lukrativen Kauf ansieht und Milliarden bei diesen Unternehmen investiert hat. Welche Aktien das sind, das erfährst du in diesem Video. Los geht's! Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und heute geht es um die aktuellsten Aktienkäufe der Börsenlegende Warren Buffett. Denn nach vielen Monaten der Zurückhaltung aufgrund von überteuerten Bewertungen seiner Meinung nach, habe er und seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway nun gleich mehrfach Geld in die Hand genommen und teils kräftig zugekauft. Auch wenn man natürlich nie jemandem einfach alles nachkaufen sollte, so finde ich seine Entscheidung, besonders in einer solch wackeligen Börsenphase, immer einen Blick wert. Immerhin hat er in seinen nunmehr 80 Jahren Börsengeschichte seinen Status ja wirklich erfolgreich untermauert und dabei unzählige Krisen miterlebt. Starten wir also gleich mit der ersten Aktie und vorher noch der kurze Dank an meinen persönlichen Lieblingsbroker, nämlich Scalable Capital. Dort findest du eine riesige Auswahl an ETFs und Aktien plus einige beliebte Kryptowährungen, welche allesamt bereits ab einem Euro handelbar sind und das im Sparplan sogar komplett gebührenfrei. Und das Tolle, das Depot ist sowohl am Handy als auch am PC nutzbar. Überzeuge dich selbst von den vielen Vorteilen dort über den Link unten in der Videobeschreibung. Der erste Kauf, den wir uns nun in diesem Video anschauen, spiegelt die aktuelle Situation gut wider, hat aber in der Hinterhand noch ein großes Zukunftspotenzial, an das man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sofort denkt. Es geht um Occidental Petroleum. Ein Unternehmen, welches, wie der Name es schon vermuten lässt, aus dem Öl- und Gassektor stammt, in dem es 62% seiner Umsätze generiert. Aber auch 19% mit dem Transport, der Lagerung und dem Vertrieb von Kohlenwasserstoffen und ergänzen mit ebenfalls 19% seiner Umsätze mit der Herstellung von Chemikalien, wie beispielsweise Chlor, Ethylen, aber auch PVC, Kunststoffen und Pigmenten. Neben diesen Bereichen haben sie allerdings ein viel spannenderes Feld vor sich, wo sie gerade aktiv sind, was ihnen in den nächsten Jahren viele Umsätze und Gewinne bescheren könnte. Und das alles sogar im Zeichen der Umwelt. Denn auch die Ölkonzerne müssen gezwungenermaßen umdenken und sich neuen Technologien widmen. Occidental Petroleum ist deshalb im Bereich Dekarbonisierung, also dem Binden von Kohlenstoffdioxid in unterirdischen geologischen Formationen, ganz vorn mit dabei. Dazu hat man die Firma Weyerhäuser gewinnen können, die ein 121 Quadratkilometer großes Gebiet für dieses Verfahren zur Verfügung stellt. Genau dieses Dekarbonisieren könnte kurzfristig und auch mittelfristig absolut lukrativ werden, denn viele der großen Firmen, egal aus welchen Branchen, verschreiben sich ja immer mehr einem Netto-Null-Ziel, was den Ausstoß von CO2 angeht. Gern hört man dabei auch das Schlagwort Klimaneutralität und in einigen Bereichen sind ja selbst heute schon CO2-Ziele ganz klar festgelegt. Da aber bei fast jedem Herstellungs- und Produktionsprozess, in Lieferketten, der Logistik, ja selbst bei der Lagerung und dem Verkauf von Produkten, aber auch den meisten angetriebenen Fortbewegungsmitteln immer ein Ausstoß stattfindet, kann man solche Ziele auf dem Papier überhaupt nur durch Gegenmaßnahmen wie eben solche Rückgewinnung erreichen. Dieser Trend wird meiner Meinung nach noch viel mehr zunehmen mit dem Handel der Ausstoßpapiere und der am 22.03.2022 verkündete Deal mit Airbus ist nur Teil des Anfangs. Airbus erkaufte sich dabei für vier Jahre einen jährlichen Ausstoß von 100.000 Tonnen Kohlendioxid, insgesamt also 400.000 Tonnen und so könnte es in Zukunft nur noch laufen. Tesla hat ja jahrelang durch ähnliche Energiezertifikate Milliarden verdient. Es ist ein äußerst lukrativer Markt, der da weiter heranwächst. Außerdem verkündete man am 29.03. die Kooperation mit United Airlines und dem Biotech-Unternehmen Chemvita Factory, mit denen man nachhaltigen Flugkraftstoff herstellen möchte und die Forschung hierfür mitfinanziert. Diese und weitere Bestrebungen kosten natürlich alle Geld, aber das verdient Occidental nach einem sehr schlechten Jahr 2020, in dem der Öl- und Gaspreis ja eingebrochen war, nun wieder. Was wohl auch Buffett angelockt hat. So steigerte Occidental Petroleum ihren Umsatz von 16,2 auf 26,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 und kam nach einem operativen Verlust in 2020 von 1,16 Milliarden nun auf einen Gewinn von 6,5 Milliarden US-Dollar. 2022 soll das nun toppen und ein Rekordjahr schlechthin werden, so gehen Prognosen von einem Umsatz in Höhe von 31,44 Milliarden bei einem Betriebsergebnis von 14,08 Milliarden US-Dollar aus. Die Prognose für die folgenden Jahre erwartet hingegen zunächst keine weiteren Sprünge, obwohl hier viel einfach von den jetzigen politischen Entwicklungen und den Rohstoffpreisen im Energiesektor abhängen wird. Bereits Ende Februar diesen Jahres begann zumindest Warren Buffett seine Einkaufstour und kaufte jetzt auch gleich nochmal nach, was seine Position von Occidental Petroleum auf 7,2 Milliarden Dollar nach oben trieb und damit gleich mal in den Top 10 Positionen bei seiner Investmentgesellschaft landet. Doch damit nicht genug, denn Berkshire besitzt noch zusätzliche Optionsscheine aus dem Jahr 2019, mit denen sie weitere knapp 84 Millionen Anteilsscheine für 59 US-Dollar je Aktie erwerben dürften. Aktuell lohnt sich dies zwar beim heutigen Kurs von rund 57 US-Dollar noch nicht, kann sich aber noch auszahlen in Zukunft. Was sich aber jetzt schon gelohnt hat, waren die Zukäufe Ende Februar, wo der Kurs noch bei teilweise 47 US-Dollar lag. Insgesamt konnte die Aktie aber natürlich durch die jetzigen Ereignisse in der Ukraine und den darüber hinausgehenden Preissteigerungen außerordentlich profitieren. Mitte Dezember 2021 stand die Aktie bei gerade mal 27 US-Dollar und konnte seitdem über 100% Entwicklung hinlegen. Buffett war also schon etwas spät dran. Auf mehrere Jahre betrachtet hat es die Aktie aber und der gesamte Ölmarkt sowieso allerdings schwer gehabt und ist schon sehr unter Druck geraten. Trotz der jetzigen Rallye bleibt auf 10 Jahre ein Minus von fast 40% und zwischenzeitlich kostete die Aktie sogar nur unter 10 US-Dollar im Oktober 2020, also 90% Einbuße vom Allzeithoch. Der Fokus der Investoren und Anleger lag schlicht und ergreifend in Zukunftsmärkten und dort floss einfach das Geld hin. Dazu noch die Klimabewegung, wodurch Öl und Gas wie Relikte aus vergangenen Zeiten wirkten und absolut nach einem Auslaufmodell aussahen. Die jetzigen Geschehnisse zeigen aber leider deutlich, und so ging es mir auch, wie abhängig wir weltweit doch von diesen fossilen Energiestoffen einfach mal sind. Zwischenzeitlich kam es ja so rüber, als ob wir innerhalb kurzer Zeit einfach mal so auf erneuerbare Energien umsteigen könnten. Heute wissen wir, dass der Weg noch viel, viel länger ist als gedacht. Natürlich werden dennoch die Bemühungen in dieser modernen Energieform verstärkt, aber auch ich kann mir zeitnah kaum eine deutliche Erholung bei Gas- und Ölpreisen vorstellen. Selbst bei einer Entspannung des Konfliktes wird der Handel mit Russland erstmal nachhaltig gestört bleiben und kaum altes Niveau erreichen. Profiteur davon sind eben genau solche Titel, und der Altmeister Buffett setzt jetzt darauf und auch in Zukunft. Ein weiteres Unternehmen, auf das er nicht nur setzt gerade, sondern welches er gleich mal für 11,6 Milliarden US-Dollar übernommen hat, ist Allegheny, die von einigen gern mal scherzhaft als Berkshire Hathaway-Kopie in klein bezeichnet werden. Was die Ankündigung einer Buffett-Übernahme alles ausmachen kann an der Börse, zeigt sich in dem Fall deutlich, und so schoss der Kurs mal eben von 676 US-Dollar auf 844 US-Dollar je Aktie nach oben. Berkshire Hathaway ist aber sogar bereit, 848 US-Dollar zu zahlen. Zum Zeitpunkt des Videodrehs liegt der aktuelle Kurs nun bei 853 US-Dollar und konnte die bisherigen Kursgewinne sogar etwas ausbauen. Das Hauptgeschäft des Konzerns sind dabei Versicherungen, wobei sie aber auch mit der Tochterfirma Allegheny Capital, ähnlich wie Berkshire Hathaway, in unzählige Firmen aus verschiedenen Bereichen investiert sind, wie unter anderem Stahlherstellung, Spielzeugindustrie, LKW- und Anhängerproduktion und weitere. Alles Dinge des täglichen Lebens, die bei einer hohen Inflation meist stabiler laufen und keine horrenden Forschungskosten und Kapital erfordern. Also, genau nach dem Geschmack von Warren Buffett. So sehr also der recht hohe Preis im Vergleich zu den ursprünglichen Kursen verwundert, Buffett kennt Allegheny sehr gut und der jetzige Vorstandsvorsitzende Joseph Brandon leitete jahrelang Buffetts Tochtergesellschaft General Rhee. Inhaltlich sowie personell wirkt dieser Kauf also dennoch harmonisch und wenn sich jemand mit der erfolgreichen Führung solcher Konzerne auskennt, dann Buffett. Immerhin liegt sein erstes Versicherungsinvestment auch schon 55 Jahre zurück. Er hat also einiges an Erfahrung. Dazu ist Allegheny trotz des Anstiegs mit einem KGV von 11,4 immer noch moderat bewertet für diese Branche. Eine Allianz, als vergleichswert mal, liegt momentan bei 13,7% aktuell und das ohne einen vorherigen Kurssprung von 25% an einem Tag. Dazu liefert Allegheny auch noch über eine Milliarde Barmittel, was Buffetts Philosophie unterstreicht und die Firmen ja handlungsfähig und flexibel hält. Außerdem profitieren Versicherungskonzerne und Firmen mit viel eigenem Geld von steigenden Zinsen am Markt und das ist das, was wir gerade sehen. Je teurer es für andere Marktteilnehmer wird, sich neues Geld zu besorgen und je unsicherer auf der anderen Seite und schwerer die Wirtschaftsverhältnisse für Firmen sind, umso günstiger können solche reichen Investmentgesellschaften eben andere Firmen übernehmen und ihr Geld einsetzen. Sie müssen dabei keine Bank nach Geld fragen und teure Zinsen bezahlen wie andere Firmen. Und ja, das hört man bei Versicherungen gern als Nachteil. Es kommt natürlich dazu, dass leider immer mehr Naturkatastrophen eintreten in Zukunft, aber das ist ja keineswegs das Aus für Versicherer. Je mehr Katastrophen eintreten, desto mehr Angst haben die Menschen um ihr Hab und Gut und umso größer ist der Wunsch nach Absicherung. Versicherer beschäftigen nun mal mit die besten Mathematiker, die dies einfach einpreisen und dann die Marge nochmal oben drauf packen und das wird meiner Meinung nach auch in Zukunft noch so sein und funktionieren. Berkshire möchte den jetzigen Wandel von Wachstumstiteln hin zu Value-Werten weiter nutzen und fährt damit ja auch seit Monaten sehr gut. Immerhin steht die Aktie von Buffetts Investmentgesellschaft auf Ein-Jahressicht mit plus 45% da, wo hingegen im selben Zeitraum der MSCI World auf knapp 15% kommt, der so beliebte Nasdaq ebenfalls in dem Bereich liegt und der S&P 500 nur knapp besser auf ca. 20%. Man mag also von seiner Strategie halten, was man will, aber ganz aktuell fährt er damit sehr, sehr gut und dazu passt nun auch der Kauf eines so konservativen Unternehmens wie Allegheny. Kommen wir nun zum dritten Aktienkauf in diesem Video und hier wurden 4,2 Milliarden Dollar für 121 Millionen Aktien auf den Tisch gelegt und das in einem Bereich, in dem er sonst gar nicht mal so aktiv ist. Ich spreche von Hewlett-Packard bzw. der HP Inc. Auf den ersten Blick mag ein solch großes Investment der Börsenlegende im Tech-Bereich etwas verwundern, gerade jetzt, wo ja eher schwierige Zeiten 2022 für den Tech-Sektor gesehen werden und beispielsweise morgen Stanley die Aktie gerade erst am 31.03. auf Untergewichten runtergestuft hat. Allerdings scheint es für Buffett genug Gründe für den Kauf zu geben und schon oft lag er ja mit solchen Moves, die eigentlich entgegen der Erwartung des Marktes waren, goldrichtig. HP besitzt weiterhin die Rechte an über 28.000 Patenten, hat ein weltweites Netzwerk von mehr als 250.000 Vertriebspartnern und ist nach eigenen Angaben in 57 Ländern jeweils die Nummer 1 oder auch Nummer 2 bei Druckern oder PCs. Und das zeigt sich auch in den Geschäftszahlen. War das Jahr 2020 ähnlich wie bei Occidental noch ein Krisenjahr, konnte man nun 2021 auch pandemiebedingt richtig anziehen. Der nette Umsatz legte im Jahr 2021 verglichen mit dem Vorjahr über 12% auf 63,5 Milliarden Dollar zu und auch der freie Cashflow kann sich mit 4,2 Milliarden Dollar neben dem operativen Gewinn in Höhe von 5,8 Milliarden Dollar wirklich sehen lassen. Darüber hinaus konnte man in sämtlichen letzten Quartalen die Markterwartungen in Sachen Umsatz übertreffen und mehrfach hoben sie auch ihre Dividende an. Aber, so richtig muss ich zugeben, verstehe ich seinen Kauf nicht, zumindest zu diesem Zeitpunkt und wenn man sich auch seine sonstige Strategie und die anderen beiden genannten Käufe anschaut. Die Aktie konnte zwar ein neues Allzeithoch durch den Kauf erklimmen und notierte mal 15% höher innerhalb eines Tages, aber das ist ja eher ein Einmaleffekt. Bisher gab es danach keinen Sog-Effekt durch andere Anleger, die den Kurs weiter treiben konnten, sondern es ging von 41 wieder etwas unter 40 US-Dollar zurück. Dazu kommt, dass die erwarteten Zahlen für die nächsten Quartale und auch Jahre nicht außergewöhnlich gut sind oder auf mich irgendwie anziehend wirken. Die Dividende wurde außerdem deutlich gesenkt und betrug am 08.03.2022 nur noch 0,7% Dividendenrendite, wo es vorher noch 2-3% gab. Versteht mich nicht falsch, HP ist ein solides Unternehmen, hat eine gute Marktpositionierung und verdient unterm Strich Geld, aber insgesamt gibt es doch deutlich spannendere Titel und die Zinserhöhung, welche wohl unausweichlich für uns alle sind, könnten HP als Tech-Wert überproportional treffen, auch mit einem starken Partner wie Berkshire Hathaway an der Seite. Ich finde seine neuen Aktivitäten allemal sehr interessant, auch wenn ich, wie du wahrscheinlich gemerkt hast, nicht jeden der Käufe direkt nachvollziehen kann. Aber wer bin ich schon im Vergleich zu dieser Börsenlegende? Und wie erwähnt, geht es bei dem Video ja auch gar nicht darum, einer Person etwas nachzukaufen, sondern sich eben Inspiration für die eigenen Recherchen und Entscheidungen zu holen. Das Thema Dekarbonisierung werde ich mir auf jeden Fall viel genauer anschauen. Das finde ich richtig spannend, je mehr ich darüber lese. Schreib du mir doch mal in die Kommentare, was hältst du von den Käufen, die hier im Video genannt sind und besonders auch von den Entwicklungen und Investitionsmöglichkeiten im Bereich CO2, Neutralität, Dekarbonisierung und Co. Ich freue mich auf deine Meinung und Vorschläge fürs Finanznet-Depot. Einfach mit dem Hashtag Finanznet-Depot und einem Aktien- oder ETF-Wunsch kommentieren und schon gestaltest du das Community-Depot mit. Unter allen Kommentaren verlosen wir dann einmal im Monat die Monatsperformance und das waren manche Monate auch schon mal über 1.000 Euro. Es lohnt sich auf jeden Fall, sei am besten gleich dabei. Die Teilnahmebedingungen findest du unten verlinkt und außerdem noch der Hinweis auf unsere jetzt ganz neu ergänzenden Instagram- und TikTok-Kanäle unter dem Titel Finanznerd. Da posten wir mehrmals wöchentlich kurze Steuertipps, Finanznachrichten und Neuigkeiten aus der Welt des Geldes. Also folge uns am besten auch dort, damit du weitere Infos von uns bekommen kannst. Vielen Dank schon mal dafür. Abonnier auch gern unseren YouTube-Kanal und lass dem Video hier einen Daumen nach oben da. Vielen Dank schon mal dafür und bis zum nächsten Video. Dein Finanznerd Simon.